Hi, heute stelle ich euch wieder eine Lampe vor, wieder von der Firma TrueNight, aber eine recht interessante Taschenlampe. Und zwar die TrueNight TC10 in der Version 2. Aber was macht die Lampe eigentlich interessant? Das Interessante für mich an der TrueNight TC10 ist die Möglichkeit, die Lampe per USB aufzuladen. Und genau das ist es doch eigentlich, was man wirklich unterwegs braucht. Wir hatten eigentlich ein Ladegerät mit für Akkus. Ihr könnt mit Solarzellen, mit Akkupacks oder halt im Auto die Lampe mit dem beigelieferten Kabel am USB-Anschluss aufladen. Und das finde ich eine richtig gute Idee. Überall, wo ich einen USB-Anschluss habe, lade ich die Lampe auf. Hier im Auto, während der Fahrt oder wenn das Auto steht, Kabel rein, Lampe lädt. Das sieht man hier an der LED. Und ihr habt, wenn die Lampe komplett leer ist, in vier Stunden wieder die volle Leistung. Die TrueNight TC10 hat 900 Lumen und löscht ca. 300 Meter. USB-Aufladbar, also wirklich richtig geil. Wie schon angesprochen, funktioniert das Aufladen natürlich auch mit einem Solarmodul. Ihr braucht ungefähr eine Ausgangsleistung von 1 Ampere und 4,75 bis 5,25 Volt, um die TrueNight zu laden. Und das schafft mein Good Zero hier wahrscheinlich auch bei Wolken. Im Lieferumfang ist natürlich wie immer, muss ja sein, die Lampe enthalten. Dann eine englischsprachige Bedienungsanleitung. Ein Kutura-Holster, was ihr auch an molekompatiblen Schlaufen befestigen könnt. Ein Lennart. Das Ladekabel für den USB-Anschluss. Verschiedenste Dichtungsgummis. Auch noch extra für den USB-Anschluss auch noch eine Ersatzdichtungsgummi. Und geliefert wird die TrueNight natürlich wie in den letzten Monaten, Jahren üblich in einen Pappkarton. Die TrueNight TC10 hat eine Gesamtlänge von ca. 153 mm. Ein Durchmesser an der breitesten Stelle von 40 mm. Und wiegt ohne Batterien gerade einmal 165 g. Auch die Bedienung der TrueNight TC10 ist keine Hexerei. Die ist fast gleich wie bei allen anderen TrueNight Lampen. Hier hinten befindet sich ein Druckknopf. Drückt man diesen leicht durch, hat man momentan nicht, drückt man ihn ganz durch, ist die Lampe eingeschaltet. Die Lampe merkt sich den zuletzt gewählten Modus. Jetzt kann man durch die verschiedenen Modi wählen. Stufe 1 wäre der Mondschein-Modus. Durch die verschiedenen Modi schalte man hier vorne mit den seitlichen Druckknopf. Mondschein-Modus extrem wenig Leistung hält tagelang. Das wäre Modus 1, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4. Und jetzt kann man natürlich noch den sogenannten Strobeffekt einschalten. Wie schon oft gesagt, ich brauche ihn nicht. In dem kommt man, in dem man aus jeder Stufe die Taste an der Seite länger drückt. Das Gehäuse der TrueNight TC10 besteht aus anodisierten Aluminium. Es wird auch im Flugzeugbau verwendet. Betrieben wird die Lampe mit einem 18650er Akku. Es dürfen keine anderen Akkus verwendet werden. Und der Akku muss eine Minimalleistung von 2200 mA haben. Die Winde sind wie immer ordentlich gefräst, eingefettet. Der Gürtelclip kann abgenommen werden. Also für Leute, die jetzt die Lampe nur mit dem Lerner tragen möchten, brauchen ja den Gürtelclip nicht, können Sie abklicken. Da gibt es nichts auszusetzen. Hier vorne befindet sich der Anschluss für den USB-Stecker. Dieser ist mit diesem Gummi-Fropfen wasserdicht verschließbar. Und deshalb sagt TrueNight, die Lampe ist nach IPX-A-Standard wasserdicht. Also bis zu einer Tiefe von etwas über 1,5 m. Und da die Verarbeitung so stabil ist, sagt auch TrueNight, die Lampe ist bis zu einer Fallhöhe von 2 m Schlageschütz. Also geht nicht kaputt. Da geben Sie auch eine Garantie drauf. Als Leuchtmittel kommt bei der TrueNight TC10 eine Cree XM L2 LED zum Einsatz. Diese befindet sich in einem Reflektor, der eher gebaut ist für weite Ausleuchtung, nicht so sehr in die Breite gehend. Das Lampe ist antireflektionsbeschichtet. Und im vorderen Bereich befindet sich ein Edelstahl-Schlagring. Aber was macht man eigentlich mit so einem Schlagring? Keine Ahnung, man macht Sachen kaputt oder es trümmert Sachen. Jetzt können wir hier testen, ob es das aushält. Ob die Lampe noch geht? Sie geht noch. Sie hält aus. Hund! Mein Hund erschlägt mich, aber egal. Ja, die Lampe hält es aus. Ihr habt es gesehen. Sehr, sehr robust. Wenn TrueNight sagt, wir geben euch eine Garantie, bis an der Falle von 2 Metern müssen wir natürlich mehr testen. Wir sagen, wir sagen 3 Meter. Wir testen es mit 3 Metern. Ich lasse es runterfallen. Bis unten sind es 3 Meter. Irgendwelche Felsbrocken. Und da werden wir mal sehen, ob es funktioniert. Apollo, geh weg! Alter Mann, mit 40 Jahren ist immer so schnell. Und geht die Lampe noch? Die Lampe geht noch. Also, kann man schon sagen, super verarbeitet, oder? Und das abschließende Belastungstest werde ich nochmal mit meinem Auto über die Lampe fahren. Das liegt auf einem Felsbrocken. Mal sehen, ob sie das auch aushält. Und es soll keiner sagen, ich habe die Lampe heute nicht richtig hart drangenommen. Schaut euch das an. Alles eingedellt, verbogen, sehr normal. Ich bin gerade mit dem Auto drüber gefahren. Die lag auf den richtigen Steinen. Vom Schlagtest vorne alles eingekratzt. Aber die Lampe funktioniert. Und das ist das Wichtigste. Die Lampe muss das aushalten. Es hält nicht jede Lampe aus. Die hält es aus. Ist schon gigantisch. Was ja von der Kraft eingewirkt hat. Und die Lampe hat innerlich keinen Schaden davon getragen. Respekt, Respekt, Tunet. Abschließend lässt sich also feststellen, dass Tunet mit der TC10 Version 2 eine richtig geniale Lampe auf den Markt gebracht hat. Sie ist extrem stabil verarbeitet. War so dicht wie immer. Und hat ein absolutes Feature für mich. Diesen USB-Anschluss, Ladeanschluss. Finde ich wirklich sehr genial. Mein Hund nervt mich gerade. Und das soll es auch schon gewesen sein. Die Lampe gibt es für kleines Geld bei Amazon. Den Link dazu blende ich in der Videobeschreibung ein. Und das soll es für heute gewesen sein. Du Kampfhund. Ich verabschiede mich von euch. Und sage Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.